B.B. Nicht Brigitte Bardot, die heute 80 wird, sondern Bernhard Brink im Rhythmus der Nacht. Ja, eine super geile Zeit hatte auch die Gruppe Earth, Wind & Fire in den 70er und Anfang der 80er Jahre. Die haben wirklich den Diskotheken-Sound damals geprägt. Let's groove im Rhythmus der Nacht um 13 Minuten nach 3. Die Thirda Nacht um 19 Minuten nach 3. Ich bin Rhythmus der Nacht um 15 Minuten nach 3. Die Thirda Nacht um 15 Minuten nach 4.